Was geht ab, liebe Leute? In diesem Video zeige ich euch, wie einfach und leicht es ist, gesundes Essen zuzubereiten. Auf geht's! Als erstes nehmt ihr 100 Gramm Couscous und etwa die doppelte Menge an Wasser. Das Wasser lässt einmal aufkochen und schüttet es über den Couscous. Salzt das Ganze und deckt es mit einer Frischhaltefolie ab. Als nächstes schneidet ihr 270 Gramm Hühnerbrust und eine Zucchini zurecht. Danach bratet zuerst die Hühnerbrust und dann die Zucchini scharf an. Wenn ihr damit fertig seid, ist euer Couscous auch schon soweit. Den müsst ihr nur mehr mit einer Gabel leicht auflockern. 카메리 Eure zwei Mahlzeiten haben 773 Kalorien, 4 Gramm Fett, 90 Gramm Kohlenhydrate und 93 Gramm Eiweiß. Das war's auch schon wieder für heute, danke fürs Einschalten, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert einfach den Kanal und erzählt es euren Freunden, dass sie hier tolle Fitnessrezepte finden können. Wir sehen uns dann im nächsten Video, ciao!